Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Flinken-Pfotenschule. In dieser Videoreihe möchte ich euch zeigen, wie ihr alle Töne auf dem Saxonett spielen könnt. Also vom tiefen C, das C' bis zum hohen D, das D'. In diesem Video geht es um unseren letzten Ton, und zwar das hohe D, bzw. das zweigestrichene D. Okay, dieser Ton steht in der Grifftabelle, in dem man einfach nur den Mittelfinger der linken Hand auf das zweite Loch des Saxonetts macht. Der dabei entstehende Ton ist leider auch hier ein bisschen zu tief. Die Alternative wäre wirklich gar nichts greifen, und das ist auch ein bisschen schwer. Ja, deshalb, falls ihr es ein bisschen höher haben wollt, und ein bisschen stimmiger haben wollt, rate ich dazu, dass ihr einfach nur den ersten Finger von der rechten Hand benutzt. Gut. Damit haben wir alle Töne durch, und ich hoffe, es hat euch geholfen. Sollte das geklappt haben, habt ihr alles richtig gemacht. Falls es zum Quietschen kommt, liegt es meistens daran, dass entweder das Blatt kaputt ist, also guckt euch an, wie die Blätter aussehen müssen und wie sie richtig eingespannt werden. Dazu verlinke ich auch ein Video unten. Oder es kann daran liegen, dass ihr nicht sauber greift, also dass irgendwo nicht ganz abgedeckt ist. Und die dritte Möglichkeit, die besteht, ist, dass ihr den Ansatz völlig falsch nehmt. Ihr müsst mit den Schneidezähnen oben auf dieser Bissplatte aufliegen. Die unteren Schneidezähne berühren nicht das Blatt. Das Blatt wird von der Lippe berührt, von der Unterlippe, und gestützt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und vergesst mich nicht zu abonnieren, gebt mir vielleicht einen Kommentar oder einfach nur einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.